Guten Morgen, es ist 19 nach 7, wir sind unterwegs, Yusuf zur Schule und ich treffe mich heute mit den Muttis. Wir haben einen Ausflug an den Bund zum Kennenlernen, das ist total schön, ich freue mich. Ja, gestern hatte er seinen ersten Schultag und ist ganz zufrieden, ist zwar alles ganz neu und alles auf Englisch und eine riesen Schule, aber das wird schon schön, bin ich von überzeugt. Ja, und ich nehme euch mit, auch mit dem Verdacht, dass mich die Muttis für richtig bekloppt halten, aber, ist also, dann bin ich eben die Bekloppte. Hallo, ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, wo wir gerade im Shuttle sind, es ist um 20.30 Uhr, also es ist ein Jahr, und es ist ein Jahr, und es ist ein Jahr, und es ist ein Jahr. Oh, ne, das ist ein Jahr. Ich bin jetzt nicht ganz viel am Rekordnamen zu sein, um die verschiedenen Sozialitäten zu haben. Ich merke, ich bin wirklich deutsch. Leute, es ist so laut und so, er ist temperamentvoll und so, ich bin ja auch kein scheues Wesen, ne, aber im Moment fühle ich mich ein bisschen wie bei einem Mädchen, dich nicht draufzusprechen. Mal gucken, ich bin jetzt unterwegs. Ja, sag ich immer ein bisschen nach. Ich liebe dich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.